So und noch ein Tipp für alle Salzburger AG Kunden. Seit ganz kurzer Zeit gibt es jetzt an allen Ladern der Salzburger AG einen neuen Tarif und zwar einen Tarif, der nach Kilowattstunden abgerechnet wird. Bisher war ja nur die Zeitabrechnung möglich und das heißt also, dass man jetzt die Möglichkeit hat zwischen verschiedenen Tarifen auszuwählen und damit wird das Laden je nach Ladegeschwindigkeit des Fahrzeugs und Umständen günstiger. Bis zum nächsten Mal.